So, schauen wir mal, ist alles aus, Bremse, Hammer, so, Drehlicht, das ist es, noch mal an, frei, frei. Klappe nämlich 10 drauf. Jawohl. 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 und dann ok Torlaugzeug noch nicht, oder Wartung Ok Mein Holau-Radio, für die D-305, das ist ganz gut. Ich bin auf der D-305, das ist ganz gut. Redseite hier? Ja, ich denke es auch. Reiseite hier. Dann sehen wir ja, so, dann Piffer-Fangle-Chemes. Jawoll! Run-up. Run-up. Trim. Trim. Flaps. Magnetos. Bolz. Carbureate. Auf. Pitcher. Bridge. Fuel-Selektor. Bolz. Nuff-Setting. Brauchen wir nicht. Die Parcher-Briefing. Wir starten bei dem Unfälle, dann rechts oben. Genau. Emergency-Briefing. Wie überhaupt? Was muss dann aus? Ja, genau. Die Parcher-Technik ist bei mir. Okay, danke. Das haben wir. Dann machen wir ein bisschen genauer. Okay. Nee, das haben wir es gar nicht gemacht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020